also um den tag zu beschließen haben wir jetzt gerade dieses kleine baby hier gefunden vor dem vor dem ausgang hier und ja ist knochendürre ist ein kleiner pup und wir werden jetzt wahrscheinlich aufnehmen weil wo soll er hin er hat hunger und jetzt schauen wir mal er ist circa viereinhalb monate alt denke ich die zähne sind gewechselt bis auf den eckzahn der ist nicht gewechselt also vielleicht 45 monate sowas in der richtung also wir vermuten dass das ein nachwuchs vom kleiner rüder und wir vermuten dass es ein nachwuchs von unserem schäfer da vor der tür ist wo diese arme hündin permanent trächtig ist und der kleine hat sich hier verirrt und wir hoffen eben ein besseres leben zu bescheren er hat flöhe aber sonst schaut er eigentlich ganz gesund aus na gut willkommen in sichereren hafen dafür sind wir